Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter-Radio. In dieser Sendung hören Sie einen Augenzeugenbericht aus Gaza. Er kommt von einem Mann, der einen Monat lang Projektkoordinator war für die Organisation Ärzte ohne Grenzen in Gaza. Guten Tag, Franz Luew. Guten Tag. Willkommen im Podcast-Studio. Wir führen dieses Gespräch am 27. März 2024. Sie haben Gaza vor wenigen Tagen verlassen, in dem März. Der Krieg tobt dort und vermindert. Wie kommt man eigentlich aus Gaza heraus? Beschreiben Sie, wie geht das? Wie muss man sich das vorstellen? Gaza rein und Gaza raus ist ein ganz spezielles Sicherheitsprotokoll. Es wird angesucht, sowohl bei den israelischen als auch bei den ägyptischen Behörden. Dieser Prozess dauert rund eine Woche, zehn Tage, bis dann wirklich, dass das grüne Licht kommt und man dann zu einem vorgesehenen Tag mit einem vorgesehenen Auto, mit einem Fahrer, der auch angegeben werden muss, dann tatsächlich zur Grenze kommt, von Ägypten aus quer durch den Sinai durch. Und dann tritt man aus Ägypten aus in Gaza ein und auf dem rausgeht jetzt, das Ganze im umgekehrten Reihenfolge. Was sieht man da? Was haben Sie da gesehen? Also Sie steigen ein ins Auto und was sieht man dann? Am beeindruckendsten ist natürlich, wenn man sich raffaniert, die langen Kilometer an Lastwegen, die versuchen, humanitäre Hilfe, humanitäre Güter nach Gaza zu bringen, die wirklich kilometerlang sind. Auf der ägyptischen Seite. Auf der ägyptischen Seite, genau. Die dann Tage, manche auch wochenlang warten, bis sie tatsächlich durchkommen, beziehungsweise die Waren dann oder die Hilfslieferungen in Gaza dann abliefern können. Manche werden wieder zurückgeschickt, manche ist auch uns passiert, dass zum Beispiel ein Sauerstoffkonzentrator, der dann nicht in unserer Lieferung notwendig war für unsere Gesundheitseinrichtungen, aber es dann nicht geschafft hat, über die Grenze zu gelangen. Es geht alles sehr, sehr schleppend, verzögend, langsam und nicht im dafür notwendigen Ausmaß. Und wer kontrolliert die Grenze? Also wer verhindert diese hunderten Lastwegen nach Gaza zu kommen? Sind das die ägyptischen Behörden oder die israelischen Behörden? Es läuft alles, was jetzt nach Gaza reinkommt, durchläuft einen Sicherheitscheck sowohl jetzt von den ägyptischen als auch den israelischen Behörden. Und je nach, warum die Verzögerung, warum manche Güter es schaffen, manche Güter nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Wir brauchen jetzt für unsere Lieferungen, die jetzt mit einem gecharterten Flugzeug aus unserem Verteilerzentrum da in Europa nach Alarisch, in Ägypten, angeflogen werden, mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation. Und da brauchen wir ungefähr eine Woche, zehn Tage bis dann nach Ankunft in Alarisch, bis wir sie dann in Gas empfangen dürfen. Ist ein sehr komplizierter Aufwand, aber wir versuchen unser Bestmögliches. Wenn Sie die Grenze überqueren, was stehen da für Militär oder für Grenzposten? Sind eigentlich kaum sichtbar. Man sieht, es ist sehr abgeschirmt im größeren Bereich, einmal dorthin zu gelangen. Der Grenzübergang selber ist gut geregelt. Von wem? Was sind dort für Grenzer? Es sind die Grenzbehörden, die schon seit… Also palästinensische Grenzbehörden? Genau. Und auch ägyptische Grenzbehörden, die jetzt bei der Ausreise und dann auch bei der Einreise da sind. Das sind dort keine israelischen Soldaten? Nein. Wie, Herr Lueff, war Ihr Einsatz in Gaza und was kann Ärzte ohne Grenzen dort konkret tun? Der Einsatz war kurz, zu kurz. Ich wäre gerne länger geblieben. Ein Monat ist sehr wenig Zeit, um der vielen Not ein wenig Linderung zu schaffen. Haben aber das Glück, ein sehr, sehr gutes, sehr kompetentes, sehr engagiertes, lokales Team zu haben an Ärzten, an Krankenpflegern, die es ermöglichen, in unseren drei, den drei von uns unterstützten Gesundheitseinrichtungen am Laufen zu halten. Das ist… Das ist im Süden des Gazastreifens in Raffa. Genau. Im Süden am Gazastreifen in Raffa, in der Provinz Raffa. Das eine Gesundheitszentrum ist im Zentrum von Raffa, der Stadt Raffa. Auch die Geburtenklinik, die wir unterstützen, nicht weit davon entfernt. Und danach in dieser humanitären Zone am Almawasi, wo wir einen weiteren Gesundheitspunkt für die Primärversorgung der Bevölkerung aufgebracht haben. Was heißt humanitäre Zone? Diese humanitäre Zone am Almawasi wurde von Anfang an eigentlich, dieses Krieges, als Schutzzone angegeben, wo die Bevölkerung Schutz suchen kann. Dort befinden sich jetzt ein Großteil der vertriebenen Bevölkerung, aber auch Organisationen, die dort ihr Büro, ihre Unterkünfte aufschlagen. Ja, in der Hoffnung, dass diese Zone, diese humanitäre Zone nicht angriffen ausgesetzt ist. Wie schaut das so aus? Wie leben die Menschen dort? Wie viele sind das? Diese humanitäre Zone ist ein wenig größer als der erste Bezirk von Wien. Knappe dreieinhalb Quadratkilometer, einen knappen Kilometer breit, übersät von einem Meer von Zelten, wo die Bevölkerung recht wenig organisiert, muss man auch sagen, versucht, da Zelte aufzuschlagen, Unterkunft zu finden, dem Alltag nachzugehen, Nahrung für die Familie zu finden, vielleicht etwas am Markt zu tauschen, am Markt etwas zu kaufen. Man könnte hin und wieder der Versuchung unterliegen, der Strand ist in unmittelbarer Nähe, man zieht aus offenem Meer hinaus. Man könnte meinen, ja, man ist tatsächlich in Sicherheit und es wird dann unterbrochen von Explosionen weniger oder nah oder doch etwas ferner. Und man weiß, dass dann ja kein Platz eigentlich im Gazastreifen sicher oder als sicher zu bezeichnen ist. Die Stadt Raffa, eine Stadt von ein paar zehntausend Bewohnern ursprünglich. Wie schaut es dort aus? Man hat Bilder, da hat man den Eindruck, alle die Städte sind ein reiner Trümmerhaufen. Ist das auch in Raffa so? Haben Sie das erlebt? Raffa noch nicht. Raffa hat im Vergleich jetzt zu anderen Städten wie Caniunis, Gaza noch nicht dieses Ausmaß an Zerstörung. Man sieht aber hin und wieder auf dem Weg zur Arbeit, zur Klinik oder am Rückweg, dass Gebäude getroffen, zerbombt sind oder aber auch ein einzelnes Apartment in einem mehrstöckigen Haus getroffen wird oder getroffen wurde. Und das verteilt sich so. Alle paar hundert Meter oder ein paar Kilometer ist dann wieder ein Haus getroffen, wo ein Krater da ist mit geposteten, gebärsten Petun mit Stahlstäben, die herausstehen und die einen dann täglich auch erinnern, dass Raffa nicht sicher ist. Da fährt man durch jeden Tag von Ihrem Einsatz bei der Klinik zur Wohnung. Genau. Und sind das? Man fährt dann durch, ist mit sehr vielen Leuten auf den Straßen. Der kurze Weg von knappen zehn Kilometern von unserer Unterkunft zur Klinik kann schon einmal 90 Minuten dauern. Es sind so viele Leute auf der Straße, wie gesagt, die Handel treiben, die was zum Essen suchen, die Wasser suchen. Und da ist es halt ein schwieriges durchkommen. Und wie schon vorhin erwähnt, man wird immer wieder daran erinnert, sei es jetzt ein darüber fliegendes Flugzeug, ein Explosionsgeräusch aus der Ferne oder auch aus der Nähe oder auch in der unmittelbaren Umgebung der von uns unterstützten Gesundheitseinrichtungen, wo dann ja eine Rakete einschlägt. Haben Sie das erlebt? In der Nacht vor meiner Abreise war ein Gebäude, weniger als 100 Meter von unserem Gesundheitszentrum entfernt, von einer Rakete getroffen worden. Ich persönlich habe es nicht erlebt. Ich habe erlebt, in unserer Unterkunft am Strand weniger als 500 Meter eine Rakete einschlägt. Die Glasscheiben zittern, das ganze Haus rummort. Man spürt die Schockwelle der Explosion. Und es vergeht kein Tag, keine Stunde in der Nacht oder auch am Tag, wo man diesem Geräusch, dieser Explosionswelle dann nicht ausgesetzt ist. An dem Tag, an dem wir hier sprechen, meldet die UNICEF, dass es einen israelischen Angriff auf einen Ort unmittelbar in der Umgebung ihrer Klinik gegeben hat mit einem Dutzend Toten, Kindern. Wie ist die Angst der Menschen vor den Angriffen Israels? Die Angst ist permanent. Und man sieht es auch neben der primären Gesundheitsversorgung, die wir anbieten. Wir bieten auch psychologische Unterstützung für unsere Patienten an, auch für Kinder. Diese Angst, keinen sicheren Ort zu haben, ist permanent. Tag aus, Tag ein. Ich bin erst vor kurzem von einer Mitarbeiterin von mir informiert worden, die meinte, Franz, ich gehe jetzt zurück in den Norden, in den mittleren Bereich vom Gazastreifen, weil Rafa ist jetzt genauso unsicher oder genauso wenig sicher wie jetzt der mittlere Bereich. Und ja, man muss es einfach akzeptieren, wie die UN oder miterleben, wie schwierig diese unmöglichen Entscheidungen sind, die Familien Tag ein, Tag aus treffen müssen. UN-Organisationen sagen, es breitet sich Hunger aus in Gaza. Der EU-Außenpolitik-Sprecher Borel sagt, das ist eine gezielte israelische Kriegsmaßnahme, die Leute verhungern zu lassen. Und das Verhungern tatsächlich Kinder. Wie stellt sich das da für den Koordinator der Ärzte ohne Grenzen? Wie ist die Ernährungssituation der Menschen? Verhungern Menschen vor ihren Augen? Wir sehen in unseren Kliniken eine ansteigende Tendenz von Kindern mit Mangelernährung. Wir haben zurzeit ein bisschen mehr als 70 Kinder in unserem ambulanten Ernährungsprogramm, wo wir Nahrung an die Mütter bzw. an die Kinder weitergeben und sind natürlich besorgt, ob dieser Tendenz. Wir sind auch besorgt darum, ob genügend Kapazität da ist, auch Expertise, diese Mangelernährung dann medizinisch zu betreuen. Man darf nicht vergessen, Gaza kannte Unterernährung, Mangelernährung nicht. Und es ist ein sehr schwieriges medizinisches Protokoll, welches gefolgt werden muss. Und hier müssen Kapazitäten aufgebaut werden. Und wie auch UNICEF oder die WHO, auch Ärzte ohne Grenzen, wir sind besorgt, wohin diese Tendenz gehen kann und ob früh genug genügend Kapazitäten aufgebaut werden können. Aber in der jetzigen Situation, ist das so, Kinder verhungern, sterben, weil sie nicht zu den Nahrungsmitteln kommen, die sie brauchen aufgrund der Blockade? Man darf ja das so vorstellen. Also vor dem Krieg kamen rund 800 bis 1000 LKWs mit der Versorgung, mit der notwendigen Versorgung von Ägypten Richtung Gaza. Jetzt sind es 100, 150 am Tag. Es geht sich rein jetzt mit der kleinfachen Rechnung nicht aus, dass genügend Versorgung nach Gaza kommt. Das betrifft jetzt Nahrung, das betrifft alltägliche Tagesgegenstände in der Geburtenklinik. Wenn ich vielleicht kurz erklären darf, das Wichtigste oder das am meisten nachgefragte Gut nach der Geburt, nachdem sie ihr Kind geboren haben, ist, ob wir Babykleidung haben, ob wir Willen haben. Es ist einfach am Markt nicht mehr, steht am Markt nicht mehr zur Verfügung. Oder aber, wenn ja, zu Preisen, die einfach unerschwinglich sind für die Bevölkerung, das zu machen. Und es betrifft auch das Essen. Man findet Tomaten, man findet Auberginen am Markt. In Raffa, in Nordgaso ist es wahrscheinlich viel schlimmer. Genau, da ist es viel schlimmer. Da kommt kaum Nahrungsmittel in den Norden. Natürlich zu Preisen, die für sehr viele unerschwinglich sind. Und dann werden persönliche Gegenstände eingetauscht, um an Barmittel zu kommen, um ein wenig frisches Gemüse zu haben. Es wird sehr oft oder sehr oft an uns herangetragen, die Hilfslieferungen, die jetzt nur, unter Anführungszeichen, Gemüse in Dosen haben, die abgeworfen sind, beziehungsweise über die Grenze kommen, aber kein Frischgemüse zur Verfügung steht. Und das hat natürlich Auswirkungen auf eine gewogene Ernährung für die Kinder und die Bevölkerung. Natürlich. Die israelische Blockade von Gaza hat dazu geführt, dass die Amerikaner und die Europäer Luftabwürfe machen von Hilfslieferungen. Wie spielt sich das ab in der Region, in der Sie tätig waren? Also ich habe es persönlich jetzt zweimal gesehen. Es ist jegliche, damit beginnend, jegliche Hilfe oder Nahrungsmittellieferung ist etwas Gutes. Das steht außer Frage. Vor allem in jenen Bereichen, die jetzt nicht zugänglich sind, wie zum Großteil der Norden vom Gazastreifen. Wichtig ist jedoch, dass der Bedarf so groß ist, der jetzt nur mit einer über die Landversorgung möglich ist, dieser Bedarf zu stillen. Dieser Abwurf von ein paar wenigen Transportfliegern, die jetzt über dem Strand abgeworfen werden. Es herrscht Chaos. Menschen laufen den mit Fallschirm abgeworfenen Paketen nach, streiten sich auch darum. Viele landen auch im Meer, wo dann rausgeschwommen wird, in der Hoffnung, es auch wieder zurückzuschaffen. Es kommt zu den Multen, unmittelbar in der Nähe unserer Unterkunft, wo dann auch zur Verteilung dann kommt. Gab es dann auch Schüsse, wo es nicht möglich ist, eine gezielte Verteilung zu gewährleisten, wo tatsächlich die am meisten Bedürftigen Zugang zu den notwendigen Lebensmitteln dann haben. Und was ist da drinnen in den Kartons oder Säcken, die da abgeworfen werden? Quer durch. Also ich glaube, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Am Anfang ist uns erzählt worden, ich habe selber nicht gesehen, dass das Nescafé drinnen war und dann aber kein Wasser zur Verfügung steht, um Nescafé zu trinken, beziehungsweise nicht wirklich eine Gesellschaft ist, die Kaffee trinkt. Es ist aber auch Reis drinnen, Dosen mit Gemüse, Mehl, auch Babynahrung teilweise. Wie gesagt, es ist ein, es kommt zu keiner gezielten Verteilung und es ist dann die, die dann tatsächlich Hilfe und diese Pakete erreichen, versuchen dann das einzutauschen für Sachen, die sie dann für ihre Familie brauchen. Gibt es eine Stadtverwaltung in Gaza, die das organisieren könnte, wenn es solche Lieferungen gibt, die zu verteilen? Oder wer macht das dann? Ich nehme an, dass es auch eine große Kritik von den verschiedenen Organisationen vor Ort, dass dieser Abwurf wenig bis gar nicht koordiniert ist. Also man weiß ein paar Stunden davor, dass so ein Abwurf stattfinden wird. Man sieht dann, wenn die Leute, die Bevölkerung dann an den Strand stürmt oder in der fernen Flieger sieht, wirklich Koordination ist nicht da und wird auch nicht koordiniert, habe ich jetzt das Gefühl. Wie viele Ärzte von Ärzte ohne Grenzen gibt es in den Kliniken, die Sie betreut haben in Raffa? Wie viele Mitarbeiter und was können die tun? In den drei verschiedenen Kliniken, die wir jetzt unterstützen, beziehungsweise betreiben, Wir haben rund 90 Personen angestellt und denen Ärzte, Kinderärzte, Chirurgen, Krankenpfleger, aber auch Psychologen. Wir haben den Leiter der ehemaligen Intensivstation oder Kinderintensivstation von einem Spital, welches bebombt oder zerbombt wurde und nicht mehr funktioniert und dann einfach mit seinem Engagement und mit seinem Einsatz, okay, hier kann ich helfen, hier kann ich meiner Bevölkerung oder der Bevölkerung zur Verfügung stehen und dann in einem Plastikverbau dann arbeitet und täglich pünktlich mit Engagement, mit Empathie kommt und versucht, einen kleinen Beitrag zu leisten. Also für mich war es schön, diese Begeisterung, aber auch Engagement zu sehen. Sie sagen 90 Mitarbeiter. Wie viele sind Palästinenser aus Gaza? Wie viele kommen? 90. Also wir und das internationale Team, wir waren fünf, sechs Leute von uns, die diese drei Punkte betreut haben, beziehungsweise unterstützen und 90 Palästinenser. Was macht diese Kriegssituation mit den Menschen? Es gibt Beschreibungen von Verzweiflung, dass die Familien nicht mehr wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Es hat vor ein paar Tagen in einem Bericht des ORF-Korrespondenten Karim Al-Guhari gegeben, der mit einem Familienvater aus Nordgasa gesprochen hat. Er sagt, er hat Angst, dass seine Kinder verrückt werden, weil es gibt keine Ernährung, es gibt keine Aussicht auf irgendeine Lösung. Was macht das mit der Bevölkerung, die Situation? Es sind zum einen, ich glaube, die Bevölkerung von Gaza ist eine sehr resiliente Bevölkerung und es ist natürlich Hoffnung da. Es wird immer wieder versucht und man klammert sich an der Hoffnung, es kommt doch zu einem Waffenstillstand vor Ramadan, nach Ramadan, für ein paar Wochen nur und daran klammert man sich natürlich und das sieht man auch. Man sieht dann auch die Enttäuschung, wenn die Verhandlungen wieder abgebrochen werden oder ausgesetzt werden. Das sieht man und das wird uns auch mitgeteilt. Verzweiflung, ja. Ein kleines Beispiel vielleicht. Eine Mitarbeiterin von mir, eine junge Frau mit drei Kindern, kleinen Kindern, zwei Töchtern und einem Sohn, die auf mich zukommt. Also das war kurz vor meiner Abreise und dann meint, Franz, nimm mich mit, nimm mich mit, hol mich hier raus, nimm meine Kinder mit und mich. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in so einem Umfeld aufwachsen und das zerbricht einem dann das Herz, wohl wissend, dass es nicht möglich ist. Es ist unvorstellbar, vor welchen unmöglichen Entscheidungen die Bevölkerung täglich konfrontiert ist, zwischen was mache ich, kann ich meine Familie versorgen, gibt es Schutz für meine Familie, schaffe ich, wenn ich in der Früh rausgehe zur Arbeit, schaffe es dann wieder zurück. Was wird kommen, wenn es zu einer Offensive auf Raffa kommt? Die Leute beschäftigen sich damit sehr stark und diese psychologische Belastung, die für jeden Einzelnen da ist, ist immens groß, auch für die Kinder. Wir sehen, unsere Psychologen berichten uns, wie traumatisiert die Kinder sind. Wir wollen jetzt diesen Bereich unserer Arbeit ganz gezielt aufstocken und noch mehr machen, weil wir einfach den Bedarf dieser Bestützung gerade auch für Kinder sehen und versuchen, unser Bestmögliches dadurch auch zu machen. Der israelische Regierungschef Netanjahu sagt, es wird einen solchen Angriff der Israelis auf Raffa geben. Die Amerikaner sind dagegen, die Europäer sind dagegen. Was würde das bedeuten? Katastrophal. Ganz einfach katastrophal. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es ein Szenario, wo es zu keiner Katastrophe kommen würde, sollte es tatsächlich zu diesem massiven Angriff auf Raffa kommen. Es gibt ein paar Studien, die meinen, es wird innerhalb von Raffa selber rund 600.000 Personen geben, die Zuflucht an diesem Kuststreifen suchen werden. Und ich kann es mir nicht vorstellen, wohin. Es ist kein Platz mehr für 600.000 weitere Menschen in einem Bereich, der schon bei Weitem zu dicht gepackt ist. Es gibt Berichte von Kämpfen in Spitälern, um Spitälern, von israelischen Angriffen auf Spitälern, weil die Israelis sagen, dort haben sich Hamas-Kämpfer verschanzt und daher müssen sie gegen Spitälern vorgehen. Was weiß die Organisation Ärzte ohne Grenzen von diesen Situationen? Ich persönlich habe es jetzt in diesem Spital, in der Geburtenklinik, die wir unterstützen, nur einen Angriff miterlebt. Es war ein Raketenangriff außerhalb des Spitals selber, außerhalb des Krankenhauses. Unsere Mitarbeiter, unsere Patienten haben jetzt keinen Schaden davon getragen, waren natürlich schwerst schockiert, dass eine Gesundheitseinrichtung, welche nach internationalem Völkerrecht eigentlich geschützt ist, auch getroffen werden kann. Wir sind nicht müde oder Ärzte ohne Grenzen, gemeinsam mit auch anderen Organisationen, wir sind nicht müde darauf hinzuweisen, dass Spitäler, Patienten, aber auch Gesundheitspersonal einen besonderen Schutz unterliegen und werden auch weiterhin darauf hinweisen, dass dies notwendig sein wird. Was für einen Kontakt hatten Sie zu den Israelis als Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen? Ich persönlich hatte keinen direkten Kontakt. Wir haben ein Koordinationsbüro in Jerusalem und es sind unsere Kollegen in Jerusalem, die jetzt in Kontakt mit den israelischen Behörden sind. Die Verwaltung in Gaza ist von Hamas geführt. Wie koordinieren Sie sich mit der Stadtverwaltung von RAFA? Ärzte ohne Grenzen ist seit mehr als 20 Jahren in Gaza tätig. Unserem Hauptansprechpartner ist das Gesundheitsministerium, mit welchen wir auch Vereinbarungen haben, welche Krankenhäuser, mit welchem Service wir auch unterstützen. Ich persönlich habe mich mit dem medizinischen Direktor der Geburtenklinik getroffen, ein sehr engagierter Mediziner, der besorgt ist, genügend Platz für die Mütter zu finden im Spital, die zum Teil am Boden liegen müssen, weil kein Platz ist. Man darf sich das so vorstellen, die wenigen noch verbleibenden Spitaler und Krankenhäuser, die ausgerichtet sind für eine Bevölkerung von 300.000, müssen nun den Service übernehmen für über eine Million Menschen. Und es ihm wichtig war, auch Hilfe an Ärzte ohne Grenzen zu bitten, er hilft mir, genügend Platz zu schaffen. Und da haben wir uns gemeinsam mit ihm dann entschlossen, diese 26-Betten-Postpartum-Bereich im Kompound selber vom Spital aufzubauen, um einfach diese überfüllten Gänge mit Müttern in den Gängen zu vermeiden. Gibt es endlich Polizei in den Straßen von RAFA? Nein, leider nicht. Wer organisiert die öffentliche Ordnung oder gibt es sie überhaupt nicht? Ich glaube, wir sind die Verzweiflung, das ist auch meine persönliche große Befürchtung, die Verzweiflung der Bevölkerung wird so lange vorangetrieben oder größer werden, wo dann unter Umständen auch der soziale Gefüge der Gemeinschaft oder der Bevölkerung dann zerbricht. Wir haben gesehen, dass Hilfslieferungen angegriffen werden von verzweifelten Gruppen, die seit Monaten keine Hilfe gesehen haben und es dann die Hilfslieferung nicht schaffen, bis in den Norden durchzukommen. Gibt es etwas wie einen Hamas-Bürgermeister in RAFA, mit dem Sie als Ärzte ohne Grenzen Kontakt haben müssen? Nein, ich habe gerade keinen Kontakt. Die Israelis sagen ja, dass es in RAFA militärische Untergrundorganisationen gibt, Tunnels gibt, denen sich möglicherweise die Führung des militärischen Teils der Hamas aufhält. Was weiß man als jemand, der in RAFA lebt von Tunnels und dieser ganzen Situation? Also ich persönlich, die Zeit war mir zu kurz, tatsächlich eine fundierte Meinung zu haben, auch in den von uns unterstützten Spitälern bzw. Gesundheitszentren. Die Leute, die ich getroffen habe, unsere Mitarbeiter, die die unmittelbare Bevölkerung in den Zelten um unsere Kliniken herum, denen liegt ihre medizinische Not am Herzen und wie die jetzt am besten von uns auch versorgt werden kann. Also ich möchte auch dieses Leid bzw. dieses Recht auf medizinische Versorgung da in den Vordergrund stellen, auf alle Fälle. Aber die Menschen wissen Sie, dass es Tunnels gibt? Und vielleicht sagen Sie es nicht im Gespräch mit Ausländern, aber es ist schon anzunehmen, dass Sie das wissen, oder? Mag sein, mag sein. Ich kann es aber nicht beurteilen. Es könnte ja auch sein, dass es in den Tunnels israelische Geiseln gibt und dass das ein Grund ist, warum Netanyahu RAFA angreifen will, oder? Es ist ein erklärtes Ziel der israelischen Regierung für die Freilassung der Geiseln. Auf alle Fälle, März ohne Grenzen, hat seit Anbeginn das Massaker am 7. Oktober auf schärfste verurteilt. Wir fühlen auch mit den Familien der Geiseln, die gegen ihren Willen festgehalten werden. Wir fühlen aber auch mit diesen mehr als zwei Millionen Menschen in Gaza, die von der notwendigen Versorgung, nicht nur Gesundheitsversorgung, abgeschnitten sind. Wie gehen Sie persönlich mit dieser Situation um, dass Sie da inmitten einer solchen Katastrophe, bei der es keinen Ausweg zu geben scheint, ein bisschen helfen können, aber doch nur sehr begrenzt helfen können? Frust, Frustration ist ein Wort oder ein Gefühl, was mir sehr oft in den Sinn gekommen ist, im letzten Monat einfach die Not zu sehen und zu wissen, nicht mehr tun zu können. Aber auch, wie wichtig es ist, dort zu sein. Wir hatten es jetzt vor kurzem gesehen, unser Generalsekretär, der auch vor dem Jürgen Security Council gesprochen hat, hat uns besucht in Gaza und wie wichtig es für unsere Mitarbeiter und für unsere Patienten war. Also das Generalsekretär von Ärzte ohne Grenzen. Genau. Und wie wichtig es für sie war, dass er auf Besuch kommt und ein offenes Ohr für ihr Leid hat. Und ich glaube, auch wenn es wenig ist, es ist wichtig, dort zu sein. Es ist wichtig, diese Solidarität mit unserer Präsenz zu zeigen. Eines der Grundprinzipien der humanitären Hilfe einfach zu sagen, ja, ich bin mit dir, mit euch, auch wenn es zu wenig ist. Und das gibt dann wiederum Mut und das gibt dann wiederum Energie weiterzumachen. Wenn Sie Gaza vergleichen mit anderen Krisensituationen oder Kriegssituationen, die Sie erlebt haben, als Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen, was sind die Unterschiede? Was, ich würde, was gemeinsam ist, vielleicht hervorstreichen. Und ich war vor mehr als zehn Jahren in Jemen und danach auch in Syrien und bin von der Bevölkerung, aber auch von unseren Mitarbeitern vor Ort immer wieder darauf hingewiesen worden. Und jetzt auch von unseren Mitarbeitern in Gaza. Franz, wenn du nach Hause gehst, erzähl von uns, wie wir sind. Erzähl deiner Familie, deinen Freunden, wie schwierig unsere Situation ist. Ich habe bei der Ausreise sehr viel darüber nachdenken müssen. Und einen unserer Fahrer, Rasim, der dann gemeint hat, Franz, erzähl deiner Familie, erzähl deiner Frau zu Hause, wie es ist, wie es uns geht und wie schwierig es ist. Und das haben wir eigentlich in diesen dreien Kriegen, die ich jetzt, oder Krisen, die ich jetzt gesehen habe, im Mittleren Osten alle an mich herangetragen. Und das sagt viel aus. Werden Sie wieder nach Gaza gehen zu einem Einsatz? Ich würde schon, ja, auf alle Fälle. Danke, Franz Lueff. Danke für Ihre Zeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Berichte aus internationalen Krisenherden gibt es im Falter. Sie lassen sich keine Nummer des Falter entgehen, wenn Sie ein Abonnement haben. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Klara Gottsauer-Wolf betreut die Audio-Technik für diese Sendung. Danke, Klara. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.